Wenn Sie viel shoppen gehen, dann kennen Sie es vielleicht, irgendwann kriegt man so Hunger. Das ist ja auch anstrengend, shoppen gehen. Praktisch, wenn das Restaurant dann schon im Kaufhaus oder im Baumarkt oder im Möbelhaus vorhanden ist. Meistens locken dann auch noch täglich wechselnde Gerichte. Aber sind die Tagesaktionsessen dort überhaupt ihr Geld wert? Und wie sieht es mit der Größe der Portion eigentlich aus? Genau das wollen wir wissen. Essen gleich beim Einkaufen. Doch stimmt dort auch die Qualität? Es gibt keine Ausreden dafür. Es darf einfach nicht sein. Gibt es nur Billigessen zum Aktionspreis? Nee, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das Tagesgericht im Kaufhaus oder im Baumarkt. Welche Meinung haben die Passanten in der Fußgängerzone dazu? Was halten Sie von Kaufhausgastronomie? Relativ wenig, weil ich da kaum bin. Warum nicht? Weil ich mich anderweitig ernähre, gesünder. Wir waren gerade frühstücken und ich fand es sehr gut. Das ist meistens so mega fettig und sieht nicht so appetitlich aus. Kann gar nicht so gut sein. Warum? Sonst wäre es ja kein Kaufhaus, sondern ein Restaurant geworden. Quer durch die Damen- und Herren-Mode geht es für Reporter Alf zum ersten Tagesgericht. Was kommt hier heute als Angebot auf den Teller? Das Mittagsangebot, wo finde ich das denn? Also gibt es noch ein Angebot oder sowas? Den Steckrüben-Eintopf für 5,95 Euro. Steckrüben-Eintopf, schmeckt der auch? Ja, müssen Sie mal probieren. So ganz überzeugt kriegen Sie noch nicht. 5,95 Euro für einen Steckrüben-Eintopf, das klingt doch etwas sehr teuer. Jetzt kommt es auf den Geschmack an. Was sagt unser Reporter? Es ist halt einfach nur eine klassische Gemüsebrühe mit Steckrüben und Karotten. Geschmacklich, ja, wie gesagt, es schmeckt wie eine Gemüsebrühe. Für 5,95 Euro ein bisschen heftig. Macht zwar satt, aber überzeugen konnte der Steckrüben-Eintopf nicht. Ab zum nächsten Kaufhaus-Aktionsgericht des Tages. Ja, auf geht's jetzt für mich, diesmal in den Baumarkt. Und hier ist heute Zwiebelfleisch-Püree im Angebot. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, lasst uns reingehen. Und tatsächlich stehen auch schon die ersten hungrigen Gäste an der Theke. Haben Sie ja schon mal gegessen? Ja. Und, gut? Einsame Spitze. Na, ist gut. Mahlzeit. Mahlzeit. Ihr habt heute Zwiebelfleisch-Püree im Angebot, ne? Ja, würde ich sagen, nehmen wir das einmal, ne? 5,75 Euro kostet das Zwiebelfleisch-Püree und ist damit sogar günstiger als das Tagesgericht zuvor. Doch was hat das merkwürdig klingende Gericht geschmacklich drauf? Ansonsten Zwiebelfleisch, wie ich mir gerade erzählen lassen habe, ist Schweinefleisch mit Zwiebel- und Kartoffelpüree. Von der Portionsgröße her auf jeden Fall mehr als genügend. Davon werde ich definitiv satt. Schmeckt echt extrem gut. Da kann man Ihnen glauben, Mensch. Und auch unser Kameramann will bei so viel Begeisterung selbst mal probieren. Was sagst du, geschmacklich? Ja, geschmacklich. Schmeckt geil, ne? Ich bin ja ganz ehrlich, als ich gelesen habe, Zwiebelfleisch mit Püree, konnte ich mir nichts darunter vorstellen und dachte auch erstmal, das klingt ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber wir sind ja da, um zu sprechen, um da zu erklären. Ich kann nur sagen, es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Man könnte ja eigentlich auch hier und da ein bisschen sparen und für sich ein bisschen mehr Geld draus machen und ein bisschen von der Qualität einbüßen. Nee, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ja, in unserem nächsten Restaurant gibt es tatsächlich schon solche Coupons. Da bekomme ich für 4,95 Euro gleich ein Steakfleisch-Gulasch. Ob das allerdings gleich genauso aussieht wie hier auf dem Foto, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. 4,95 Euro für ein Steak-Gulasch plus Beilagen, das ist bislang das günstigste Tagesaktionsgericht. Guten Tag, jetzt gefunden, dieses Steak-Gulasch hier, das ist ja so ein Aktionsgericht, das hätte ich gerne einmal. Ja. Hier sieht die Größe der Portion gut aus. Doch wie ist der Vergleich zum Foto und schmeckt es auch? Wenn ich jetzt ganz streng wäre, würde ich sagen, tatsächlich fehlen mir auf dem Salat die Tomaten, die hier abgebildet sind. Gegebenenfalls wird mir hier auch ein bisschen suggeriert, dass da viel mehr Fleisch dabei ist. Ich will bloß ganz ehrlich für 4,95 Euro nicht meckern, sondern jetzt nur mal probieren, ob es denn auch schmeckt, weil darauf kommt es ja an. Sehr lecker, klassisches Gulasch. Es könnte tatsächlich ein bisschen wärmer sein. Es ist ein bisschen lauwarm. Ich finde, warmes Essen ist ja ein Muss. Schade, denn wenn das Essen wirklich warm gewesen wäre, hätten wir nichts zu meckern gehabt. Doch was sagt der Gastronom? Es tut mir wirklich jetzt noch einmal leid. Ich werde die Sache nochmal überprüfen und es darf, es gibt keine Ausreden dafür. Es darf einfach nicht sein. Ja, tatsächlich habe ich heute überall sehr, sehr günstig gegessen. Mal etwas besser, mal tatsächlich auch etwas schlechter. Aber nichtsdestotrotz ist es mit Sicherheit sehr komfortabel, da wo man einkauft, auch essen gehen zu können. Ja, okay, es gibt auch viele, die sagen, okay, du bist jetzt abgehoben. Wird er in der Modewelt von den anderen Mädchen als Mädchen akzeptiert?